Haben Sie sich schon einmal mit dem Gedanken gespielt, einen eigenen Webshop aufzubauen? Entweder als Ergänzung zu Ihrem Geschäftslokal oder als eigenes Online-Business? Dann erfahren Sie in dieser Sendung die wichtigsten Aspekte, wie Sie ganz einfach loslegen können und welche technischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Punkte zu beachten sind. Herzlich Willkommen bei der heutigen Info-Channel-Sendung. Dieses Mal widmen wir uns einem Thema, das in Zeiten der Digitalisierung immer wichtiger wird. Immer mehr Kundinnen und Kunden kaufen ihre Waren online im Internet und für Sie als Händler öffnet das ganz neue Möglichkeiten. Zu dem Thema darf ich begrüßen bei mir Frau Jacqueline Eder, Referentin des E-Commerce-Service der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Und Herrn René Hoffmann, du bist Geschäftsführer bei der Bogendantler GmbH. Hallo. Schön, dass du da bist. Danke. Jacqueline, du warst ja schon mal bei uns. Ich freue mich sehr, dass du noch mal da bist. Erzähl uns trotzdem bitte noch mal ganz kurz, welche Aufgaben du in der Abteilung E-Commerce-Service hast, wofür bist du zuständig und wie hilfst du unseren Unternehmerinnen und Unternehmern? Ja, also wir im E-Commerce-Service, wir unterstützen die Händlerinnen und Händler dabei in den Onlinehandel einzusteigen. Der Fokus liegt bei uns ganz klar auf dem rechtlichen Bereich, da es da doch andere Rechtsvorschriften zu beachten gibt als im stationären Handel. Wir sprechen da zum Beispiel von Informationspflichten, die sich auf die Gestaltung des Online-Shops auswirken, sprechen da von Datenschutz, der natürlich immer eingehalten werden muss und auch im E-Commerce eine ganz andere Dimension auch einnimmt als im Ladengeschäft. Ich würde aber sagen, das ist der ganz große Vorteil vom E-Commerce, denn man kann ganz viele Daten über die Kunden sammeln, man lernt seine Kunden kennen, man lernt deren Kaufverhalten kennen und kann den Kunden somit ein besseres Einkaufserlebnis bieten. Da doch rechtlich relativ viel zu beachten ist, bieten wir in unserem E-Commerce-Service auch einen kostenlosen Rechtscheck der Website oder des Online-Shops an und wer halt nicht weiß, wie er in den E-Commerce einsteigen soll, wenn sich am Anfang viele Fragen ergeben, da bieten wir auch kostenlose Beratungen an, virtuell über Microsoft Teams oder doch in St. Pölten in unserer Zentrale persönlich. Ja, was machen wir noch? Wir veranstalten auch immer wieder spannende Webinare und Veranstaltungen, unterstützen bei Fördermöglichkeiten und auch im Bereich Online-Marketing. Also ich würde sagen, unser Tätigkeitsbereich ist sehr, sehr breit. Ja, ich habe zwar einiges zu bieten für die Leute da draußen. René, mit dir haben wir heute die Stimme aus der Praxis bei uns sitzen. Erzähl doch bitte mal kurz, wer bist du, was ist dein Unternehmen, wie hast du angefangen? Ja, also ich habe vor zehn Jahren, wir haben jetzt gerade zehn Jahre Jubiläum gehabt. Gratuliere. Dankeschön. Es war tatsächlich zu meinem Geburtstag, dass ich die Firma gegründet habe. Bogenschießen war früher mein Hobby und ich habe das Hobby quasi getauscht gegen den Beruf. Begonnen habe ich klassisch im Wohnzimmer, wo wir die ersten Bögen oder Zubehörteile verkauft haben. Und das hat sich dann später entwickelt über ein kleines Lager, das hatte so 30 Quadratmeter ungefähr. Später sind wir übersiedelt in einem Bürokomplex mit angeschlossener Lagerhalle und mittlerweile haben wir unser eigenes Grundstück mit Lagerhalle und eigener Logistik auch intern. Und das hat eben dazu geführt, dass wir mittlerweile auch in der Szene zu den bekanntesten Online-Shops im Bogensportsektor zählen. In Österreich auf jeden Fall, aber auch über die Grenzen hinaus. Jacqueline, René, hat es gerade gesprochen von den ersten Schritten. Das greift man gleich auf. Was sind denn so die ersten grundlegenden Schritte, die man sich überlegen sollte, wenn man ins Online-Business einsteigt? Ja, ganz zu Beginn, ich meine, du hast es gerade gesagt, da steht natürlich immer die Geschäftsidee und die sollte natürlich in einem Businessplan auch niedergeschrieben werden. Man definiert die Zielgruppe, macht eine Konkurrenzanalyse, man setzt sich Ziele für die nächsten Jahre, man plant die nächsten Schritte. Dieser Businessplan, der hilft natürlich auch dabei, die Idee, die was so im Kopf herumschwirrt, auch wirklich in die Umsetzung zu bringen und gibt halt Struktur und Orientierung. Was ist zu tun, wenn ich meinen eigenen Online-Shop erstellen will? Ich muss zuerst mal einen Domain-Namen registrieren, dann muss ich den Online-Shop auch erstellen. Da stellt sich die Frage, welches Online-Shop-System verwende ich? Natürlich muss ich mir auch Gedanken machen, welche Zahlungsmethoden biete ich an? Wie regle ich das mit dem Versand? Mit welchem Paketdienstleister arbeite ich zusammen? Dann braucht man Produktfotos, man braucht Produktbeschreibungen. Da ist relativ viel zu tun, natürlich auch im rechtlichen Bereich. Was muss ich da tun? Ich muss mir natürlich mal überlegen, welche Rechtsform verwende ich? Ich muss das Gewerbe anmelden, ich muss mir Gedanken über Sozialversicherung und Steuern machen. Das sind natürlich alles Themen, die fallen bei jeder Gründung an. Speziell im E-Commerce braucht man dann natürlich noch ein Impressum, man braucht allgemeine Geschäftsbedingungen, die zwar nicht zwingend notwendig sind, aber auf jeden Fall sinnvoll sind. Man braucht eine Datenschutzerklärung und und und. Es gibt viele kleinere und größere Schritte, die notwendig sind, damit man zum eigenen Online-Shop kommt. René, ich möchte das bei dir nochmal aufgreifen. Du hast vorher gesagt, ja im Wohnzimmer angefangen. Erzähl uns mal bitte ein bisschen genauer. Also, was waren wirklich deine ersten Schritte? Wie war bei dir der Start? Also, es waren viele Punkte, die die Jacqueline erwähnt hat, die haben nicht wirklich so große Probleme bereitet mit Domainname und all diese Dinge. Aber es begann schon bei der Marktanalyse, weil der Bogensport sehr undurchsichtig ist. Da einmal herauszufinden, wie viele potenzielle Bogenschützen gibt es, war fast ein Ding-Dohen-Möglichkeit. Also, wir sind mit Zahlen gestartet, die überhaupt nicht belastbar waren am Anfang. Das war die erste Hürde. Die zweite waren natürlich rechtliche Themen. Ich glaube, das, was mich insgesamt am meisten Zeit gekostet hat, waren die zig-Seiten AGB in so vielen Versionen, bis die Korrektur gelesen war und rechtlich handfest. Und was waren jetzt die Schritte, die wirklich unmittelbar vor dem Verkauf des ersten Produkts waren? Zuerst einmal, also vom gewerblichen Mal abgesehen, das sind Formalakte in Österreich, die Kontaktaufnahme mit den Großhändlern, ob die beliefern möchten, ob sie noch einen Händler brauchen können, wie das geregelt war, dann natürlich den Shop aufziehen. Also, wir haben uns für ein Open-Source-Shop-System entschieden. Das heißt, es ist meine eigene Zeit für die Entwicklung draufgegangen. Produktfotos haben wir zum Beispiel von den Großhändlern bekommen. Beschreibungen gibt es keine. Also, Beschreibungen muss ich alles selber machen. Und das kostet enorm viel Zeit. Ja, das klingt danach. Jacqueline, wenn jetzt so die ersten Überlegungen abgeschlossen sind, dann geht es ja an die technische Umsetzung. Welche Möglichkeiten gibt es denn da? Abhängig davon, wie technisch versiert man ist, gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Man kann beispielsweise auf ein Baustein-System, auf ein Cloud-basiertes Baustein-System zurückgreifen, wie beispielsweise Shopify, Jimdo. Da ist der große Vorteil darin, dass man auch ohne großartige IT-Kenntnisse schnell und einfach einen Online-Shop erstellen kann. Nachteil ist ein bisschen immer, dass man natürlich auf die Funktionen, die das Shop-System bietet, halt einfach beschränkt ist. Ein weiterer Nachteil, würde ich jetzt mal sagen, bzw. dem muss man sich bewusst sein, ist, dass man die Daten natürlich auch in fremde Hände gibt. Also, die Datenhoheit liegt halt dann beim jeweiligen Shop-System-Anbieter. Eine weitere Möglichkeit, wie es der René vorher schon angesprochen hat, sind Open-Source-Systeme, wie beispielsweise Magento. Da ist natürlich der große Vorteil, da kann man wirklich den Online-Shop nach den eigenen Bedürfnissen gestalten. Da können alle Funktionen angepasst werden. Wenn man sich für ein Shop-System entscheidet, ist es wichtig, dass man sich vorher einfach im Klaren ist, welche Funktionen brauche ich, welche Schnittstellen brauche ich. Wenn man bei der Erstellung des Online-Shops Unterstützung braucht, dann kann man sich natürlich auch bei E-Commerce-Agenturen oder Online-Marketing-Agenturen Unterstützung holen. René, du hast dich für die Variante entschieden, selbst daran zu arbeiten, selbst zu tun, viel Zeit zu investieren. Wie hat sich das dann im Laufe der Jahre so entwickelt? Zunächst sind einige Nächte draufgegangen, weil Tagsüber habe ich gearbeitet im Angestelltenverhältnis. Es gibt eine riesengroße Community bei diesen verschiedenen Open-Source-Systemen. Also man ist dann beschäftigt mit Forenlesen. Später habe ich einen Programmierer gefunden in Wiener Neustadt, der mir ein bisschen unter die Arme gegriffen hat. Aber wir konnten aus zwei Gründen nicht auf ein kommerzielles System gehen. Erstens, weil es für den Anfang zu teuer war, weil wir haben das Problem gehabt, dass wir einen hochkonfigurierbaren Shop gebraucht haben. Und wenn man viele Optionen buchen möchte oder muss bei einem kommerziellen System, dann wird es schnell einmal teuer. Jeder möchte natürlich, dass sein Webshop erfolgreich ist. Um das zu erreichen, welche Punkte sollte man dann noch beachten? Man sollte sich auch Gedanken machen, welche Zahlungsoptionen man anbietet im Shop. Dann natürlich auch die Zahlungsdienste Gebühren verlangen. Und da ist es natürlich wichtig, dass man auch seine Kunden kennt und welche Zahlungsmethoden hier präferiert werden. Auch über den Versand muss man sich Gedanken machen, in welche Länder liefere ich. Da gerät man natürlich im E-Commerce schnell mal in die Versuchung, dass man sagt, ich möchte jetzt europaweiten Versand oder sogar weltweiten Versand anbieten. Das finde ich gerade für den Staat nicht ganz so sinnvoll. Denn einerseits ist man in den Lieferländern mit unterschiedlichen Rechtsvorschriften konfrontiert, also beispielsweise mit verpackungsrechtlichen Vorschriften, sodass man im Lieferland Mengenmeldungen machen muss oder Gebühren für die Entsorgung bezahlen muss. Über das muss man sich natürlich im Klaren sein. Außerdem führt die Ausrichtung des Online-Shops auf ein bestimmtes Lieferland auch dazu, dass andere Rechtsvorschriften in bestimmten Bereichen eingehalten werden müssen. Zum Beispiel, wenn der Online-Shop auf den deutschen Markt ausgerichtet ist, dann sind auch die deutschen Verbraucherschutzbestimmungen einzuhalten. Ja, wenn man die Lieferung in viele verschiedene Länder anbietet, dann wird es natürlich einfach komplexer und dem muss man sich bewusst sein. Ein weiterer Aspekt beim Thema Versand ist auch noch, in welcher Höhe lege ich die Versandkosten fest. Denn mittlerweile ist es wirtschaftlich kaum mehr möglich, dass man kostenlosen Versand anbietet, bzw. wenn man das tut und die Versandkosten in die Produktpreise einkalkuliert, dann leidet die Konkurrenzfähigkeit halt auch darunter. Da stellt sich immer die Frage, in welcher Höhe akzeptieren meine Kunden die Versandkosten. Die Wirtschaftskammer hat eine ganz, ganz spannende Masterarbeit bei der FH Wiener Neustadt Campus Wieselburg in Auftrag gegeben, die sich genau mit dieser Frage beschäftigt. Da sind die Ergebnisse natürlich auch auf wko.at online verfügbar. Ja, Versand in anderen Ländern ist immer wieder ein Thema. Bei dir wahrscheinlich auch. Wie schaut es denn da aus im Bogensport? Wie wird das bewertet? Ja, wir möchten natürlich möglichst weit liefern und in Europa haben wir eine relativ ähnliche Gesetzeslage, was den Bogen als Sportgerät betrifft. Also ein Bogen ist in den wenigsten Ländern als Waffe im Sinne eines Waffengesetzes auszulegen. Damit haben wir gewisse Freiheiten. Aber es gibt einige Länder, die das einfach verbieten, dass man einen Bogen einsatzbereit verschickt. Also der muss dann komplett zerlegt sein. Oder in manchen Ländern ist er auch als Waffe definiert und dann dürfen wir halt gar nicht hinschicken dort. Ich würde auch das Thema Bezahlmethoden gerne nochmal aufgreifen und an dich weitergeben. Erzähl mal kurz, was hast denn du da für Erfahrungen gesammelt und welche Tipps hast du vielleicht auch für die anderen? Es ist eigentlich eine ziemlich klare Sache. Bei den Bezahlmethoden gibt es den Platzhirschen PayPal und das ist sowieso ein fixer Bestandteil in jedem Shop-System. Es ist insofern beliebt beim Kunden, weil es den Kunden nichts kostet und noch einen Käuferschutz bietet. Wir haben das regelmäßig, dass Kunden nicht überweisen wollen, weil sie einfach misstrauisch sind. Obwohl wir Gütesiegel haben und obwohl wir sehr viele positive Bewertungen haben, sagen die Kunden, ich kenne euch nicht, wir sind skeptisch. Also ist PayPal mit Abstand die meistgenützte Zahlungsart? Jacqueline, dein beruflicher Alltag, der bringt dich ja dazu, dass du meistens als Problemlöserin fungierst. Was sind denn so diese klassischen Anfängerfehler, mit denen sich die Leute an dich wenden? Ich glaube, oft fokussiert man sich am Anfang zu sehr auf das Produkt, die Gestaltung des Onlineshops und vernachlässigt das rechtliche Thema ein bisschen. Und gerade im E-Commerce, wo wir ja ganz transparent unterwegs sind, kann es da schnell mal zu einer Abmahnung kommen und deswegen darf dieses Thema einfach nicht in Vergessenheit geraten. Natürlich, die Gestaltung des Onlineshops ist wichtig, das Produkt ist essentiell, aber es ist einfach wichtig, dass man den Überblick behält über alle verschiedenen Themen. Ja, so ein weiterer Fehler oder ich würde sagen, das ist eher eine falsche Erwartungshaltung. Man steigt in den E-Commerce ein und der Onlineshop läuft sofort. Ja, leider ist das ein Irrglaube, denn auch wenn man das das beste Produkt hat, den optisch schönsten Onlineshop, führt das einfach nicht dazu, dass man den gewünschten Erfolg hat, wenn man sich nicht mit dem Thema Online-Marketing und Suchmaschinenoptimierung einfach beschäftigt. Es ist da einfach ganz zentral, dass man in den Gängen Suchmaschinen weit oben gerankt ist und dass einen die Kunden natürlich auch als Onlineshop kennen. René, mich würde auch interessieren, was hast du da gemacht in diesen Bereichen? Zum einen müssen wir natürlich alle schauen, dass unsere Shops nach außen hin eine gewisse Wirkung haben. Wir haben von Anfang an verzichtet auf bezahlte Werbung, weil das im Bogensport rechtlich ein bisschen problematisch ist, aber Suchmaschinenoptimierung ist ein ganz zentraler Punkt. Es gibt in so gut wie allen Shopsystemen einzelne Module, die das übernehmen, dass man einfach im Ranking auch steigt. Aber letztendlich muss man gefunden werden. Also wenn Kunden etwas suchen, muss ich dafür sorgen, dass ich gefunden werde in einer Nische. Wir haben das Glück, dass wir uns in einer Nische bewegen. Ist das etwas einfacher als in einem Massenmarkt. Du bist ja mit deinem Business sehr erfolgreich. Wenn du jetzt aber zurückschaust, gibt es was, das du mit dem Wissen von heute anders machen würdest? Also wie ich gestartet habe, habe ich ganz striktes Risikomanagement gehabt. Ich war vorbereitet, das Unternehmen von einem Tag auf den anderen schließen zu können, wenn ich dazu in die Lage komme. Worauf ich mich nicht so gut vorbereitet habe, ist der Erfolgsfall. Was passiert, wenn das System aufgeht? Wir haben mir gedacht, ja, das werde ich dann Zeit genug haben, mir zu überlegen, wenn es soweit ist. Aber es kam irgendwann der Tag, wo der Shop zum Laufen begonnen hat. Am Anfang war es natürlich so, nicht sofort, aber irgendwann waren es dann echte Kunden, fremde Kunden. Und rückblickend würde ich mich auch viel besser auf den Fall vorbereiten, wie wachse ich. Wenn das System erfolgreich ist, wie entwickle ich mich dann weiter innerhalb dessen. Du hast jetzt schon gesagt, rechtlich gut informiert zu sein ist wichtig. Sich auch auf den Erfolg vorzubereiten ist wichtig. Was gibt es denn noch, was würdest du denn jetzt zum Abschluss unseren Unternehmerinnen und Unternehmern mit am Weg geben? Ja, also der Markt ist ja geprägt von Unternehmen wie Amazon, Zalando und so weiter, die blitzschnell verschicken und unheimlich gute Verfügbarkeiten an den Tag legen. Die Kunden tolerieren das nicht, wenn sie sehr lange warten müssen. Wir haben das am Anfang strapaziert, möchte ich fast sagen. Mittlerweile haben wir selber größere Lagerhaltung und das ist schon ein zentrales Thema. Also man kann meiner Meinung nach nicht einfach davon ausgehen, dass man alles just in time bekommt. Also Verfügbarkeit und rascher Versand sind ganz, ganz große Erfolgsfaktoren, wichtige Erfolgsfaktoren. Jacqueline, dein Expertinnen-Tipp zum Abschluss bitte. Ja, wenn ich da gleich einhaken darf. Man muss sich ja nicht nur auf einen Vertriebskanal im E-Commerce beschränken. Man kann ja genauso sagen, ich habe meinen eigenen Onlineshop, aber ich verkaufe trotzdem über Marktplätze. Ist ja auch eigentlich besser, weil man das Risiko auch besser streut. Natürlich fallen da Gebühren an etc. Man muss die Prozesse im Hintergrund natürlich auch an die gewissen Marktplätze anpassen, die auch eine große Marktmacht haben. Das muss man auch so sagen. Aber natürlich, es gibt nicht nur den eigenen Onlineshop als Möglichkeit im E-Commerce tätig zu sein, sondern man kann beispielsweise auch über Marktplätze verkaufen. Den Begriff Marktplätze, den greife ich jetzt auch noch mal auf. Ich möchte noch daran erinnern, dass wir bereits eine Sendung haben zu dem Thema Amazon als Vertriebskanal. Wenn man sich da also noch mal informieren möchte, dann gerne noch mal reinklicken. Und wer jetzt Lust hat, sich noch mehr mit dem Thema Digitalisierung zu beschäftigen, da hätte die Jacqueline einen Veranstaltungstipp für uns. Ja, wir veranstalten am 11. Mai 2023 unseren Handelstag unter dem Titel Alles E-Commerce. Erfolgsfähige und digitale Lösungen im Handel. Und da dreht sich einen ganzen Nachmittag alles um das Thema E-Commerce. Da laden wir natürlich alle Händlerinnen und Händler herzlich dazu ein. Ja, ich nehme an, wir werden dort sein. Wir lassen uns das nicht entgehen. Du moderierst ja auch, habe ich gehört. Sind wir schon sehr gespannt, freuen uns drauf. Vielen Dank euch beiden, dass ihr da wart, dass ihr so viele Inputs geliefert habt und Tipps gegeben habt. Vielen Dank auch an unsere Zuseherinnen und Zuseher da draußen fürs Anschauen. Und wenn ihr keine Folge mehr versammeln wollt, dann drückt jetzt am besten den Abonnieren-Button.